um hey hier ist Max und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute spiele ich mal wieder Clash Royale. Was heißt mal wieder? Zum ersten Mal. Im letzten Video habe ich Clash of Clubs gespielt. Nächstes Mal ist es Clash Royale. Und wieso habe ich hier... Alles klar. Okay. Hab ich hier schon? Ja genau. Hier habe ich schon ein bisschen versucht, naja nicht versucht, ich habe hier schon mal ein bisschen angefangen zu spielen. Und ich habe in einer Holztruhe einen Mini-Pekka gefunden und einen Ritter, also ne, Prinz, Prinz meine ich. Ja, habe ich schon mal ein bisschen gespielt und jetzt fangen wir weiter. Machen wir weiter. Clash Royale, genau. Und jetzt nehme ich mal den Mini-Pekka. Mal sehen, was der so drauf hat. Ich hoffe mal, die sind sehr gut. Was ich vermute, sind halt Peckkas. Bloß ein Mini. So, mal gucken, was der so... Oh, der hält schon mal einiges an Schaden aus und macht... Oh. Der macht ja mal richtig viel Schaden. Wee, ho. Der braucht nur ein paar Schläge und schon ist der Tor weg. Naja, sowas wünscht man sich natürlich immer wieder, ne. Ich will wieder... Oh, der Prinz. Mal gucken, muss der so dran. Oh, jetzt ist es, warum ich mein Pekka wieder. Yay. Der ist cool. Ich mag den Pekka im Fall. Jetzt ziehe ich den Prinzen. Und ich habe mein Pekka. Der setzt natürlich gleich als erstes wieder ein. Und der Prinz. Oh, der hat so ein Kundes-Pferd. Ui, 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 ui. Der ist ja mal gut. Hä, die sind ja mal richtig OP. Ho, ho. Das geht ja mal richtig gut, wenn mein Prinz und Mini-Pekka hat. Die machen das ja alles sofort kaputt. Und mal gucken, was ich dies bei der Holztour bekommen. Weil letztes Mal habe ich halt den Prinzen und die Mini-Pekka bekommen. Und das ohne einer Nei. Nein, nie 큰OS seiijk. Damía ist wenn man noch ein der Weh. Ausbilder Sind. Und na, wir habenInstagramm nicht. Mano. Aber für Wissen und Prinzen. Der Volkbrüeri. Oh nein, wirklich doll voll wollen mich. Oh, Mano, ich bin Klanger. Das ist lustig. Ich mag die Geassade. Und das natürlich auch schon richtig gut auf Ruung. Jetzt ist doch schon was kaputt. Und kaputt. Das war ja mal mega einfach. Der läuft einfach durch und verliert so richtig wenig. So was ist richtig praktisch. Und cool natürlich auch. Damit ist ja jedes Level einfach so richtig einfach zu machen. Und guck, jetzt schon kaputt. Haha, cool. Das geht ja mal richtig cool mit dem Mini-Pekka. Und natürlich der Prinz. Das war ja richtig gut. Toll. Dann macht's ja richtig Spaß. Wie läuft mein Name? Max, ne, ich nenne mich einfach echt so. Obwohl. Max. Okay. Ja, dann heiße ich Max. Öffnen. Mein Seuss hier drin ist Gold. Der Ritter. Und die Bogenschützer. Und dann öffnen wir das auch nochmal. Ja, bestandigen, ist egal. So Gold habe ich. Bomber. Und der Ritter. Und ich würde sagen, ich mache direkt nochmal ein Level. Mit dem Mini-Pekka und dem Prinzen. Das war recht fast mit dem einen. Oh, der ist Boris. Boris. Und gleich noch bitte, 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 bitte. So schnell. Mit dem Ritter direkt da hinten heransetzen. Genau. Puh, die beiden zusammen. Und alles geht sofort weg. Oh, noch nicht sofort, aber richtig schnell halt. Und der Tauer ist noch nicht ganz weg. Aber er ist jetzt weg. Ich finde das echt so cool. Echt so. Und die sind einfach schon direkt da hinten. Und der ist auch nicht mal ganz tot. Also, die sind ja mal... Oh nein, mein Tauer war mir kaputt. Nein, nein, nein. Oh, das habe ich hier gar nicht gemerkt. Der hat mir mein Tauhaus kaputt gemacht. Nein. Verdammt. Das habe ich hier so gar nicht gemerkt. Oh, dann noch mal. Und verfeile darauf. Ja, sollte ich aber schaffen. Nein, 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 nein. Wer ist das? Ein Bomber. Oh, zu, was sagt. Jetzt zum Pecker kommen. Schaffst du. Einmal schon durchlaufen. Bitte, bitte, bitte. Ja, sollte ich erschaffen. Zack. Und, zack. So, das Ganze wir geschafft. Auch wenn ich einen Trump verloren habe. Hauptsache, ich habe gewonnen. Alle drei. Genau. Oh, äh, eine Silbertur. Wow. Ich bin deine neue Arena. Ich bin Arena 1, glaube ich, ist das, würde ich mal sagen. Was habe ich hier? Drei normale Karten, Rauchmann, Gold, Bogenschützer und Pfeile. Oh, noch eine, Musketieren. Ich habe gratis-Tour, naja, immer gerne. Gold, Juwelen, Pfeile und Kurwolde und den Dritter. Dann würde ich sagen, kämpfe ich noch einmal. Was war auch mir? Viel Glück. Und, ich warte mal, bis der was setzt. Das kann, um, Pfeile und Minifäcker und so alles hin. Dann, ja. Ja, haha. Ich finde die so cool, die beiden zusammen. Und dann geht alles sofort weg. Oder auch nicht sofort. Oh, nee, es kriegen die auch nicht Konkurrenzen vorne. Aber das schaffen die. Obwohl, nein, 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 mein Pfeile ist weg. Nein. Oh, nein. Haha, oh, no. Hier, Musketieren. Oh, ja, der Tauer, dann ist. Bitte, weg. Bitte, weg. Ja. Der S-Tauer ist auch schon mal weg. So, es setzt sich gleich wieder. Nein, der hat Mini-Drachen. Der hat ja auch schon auf dem Handy gehabt. Der ist auch cool. Und der ist auch stark. Oh, mein Prinz natürlich auch. Der sollte dagegen schafft. Das wäre nämlich ganz cool, wenn der schafft. Der läuft durch. Was das denn? Nein. Der macht noch auf, man. So, dann nehme ich jetzt mein Pekka. Und Bensschaft ein Jahr. Stark gemacht. Der Mini-Pekka, ah, es war Prinz. Ich bin, der ist Mini-Pekka-Attacke. Ich glaube, ich sollte es ja beschaffen. Und derzeit, ah, nein, die gehen da ja auf den. Nein, 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 mein Mini-Pekka. Nein, nein, mein Mini-Pekka. Koppel der Sierpulten jetzt die mir gleich den Prinzen ich war noch gern Lohrl-Lohrl-Präsident Kassou ohne ein ein Messer für mich bitte bitte das was du bist nein verdammt knappe Sache 60 Sekunden verbleiben alles rein hat jetzt auch ein Minipäcker weil den jetzt plötzlich in der gewonnen gut knappe Sache obwohl ich noch alles und was bekommt für die Ruhe Silbertruhe die Öffentlichkeit auch gleich nochmal jetzt auf dem Jahr kommen 18 Welsinger das ist jetzt einfach die Ritter, Bogenschützer, Kobolde aber es ist nicht so was cooles naja egal ich würde mal sagen das war's mit meinem Video bis zum nächsten Mal euer Max tschüss